Tag Freunde, was geht ab? Wir sind wieder drin, Battlefield, und kriegen direkt übelst auf'm Arsch. Gut, 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 gut. Aber gut, gucken wir mal, was wir bringen können. Da oben ist er. Gut, hey, hey, hey. Das hätte ich mir jetzt selbst nicht zugetraut. Aber komm. Machen wir das Beste draus. Oh, haben wir auch. Den nicht. Weg, 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 weg. Brauch Heilung. Da drüben ist er. Mit dem Schild, du kleines Stückchen Kot, ey. Wahnsinn. Von hier mal ansneaken. Gut. Ich bin wirklich unfassbar verwehrt hier, muss ich gestehen. Also hier sind irgendwie nur Profis unterwegs. Oder ich bin einfach zu schlecht. Das kann das natürlich auch sein. So, Gegner, wo seid ihr? Fertig. Gutes Aiming. Machen wir hier schön ein Kistchen hin. Hallen wir uns. Gut. Ah, weg, 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 weg. Aber hier sneaken, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich kriege eh wieder einen in den Kopf. Da sind sie. Gut. Ah, oh, wo sind die denn immer alle? Ich verraffe auch dieses Spawn-System einfach gar nicht. Und ich kriege wieder übelst einen drüber. Das ist doch schon ein bisschen zum Mäuse melken. So, da hinten gehen wir mal rüber. Hier kam noch gerade einer entlang. Dann fischen wir uns hier. Laser. Wo schien sie denn eigentlich hin, ey? Also hätte ich das jetzt verloren wollen, wäre ich auch direkt gequittet. So, hier Koffer. Zack. Hier sind sie. Guck mal. Ich treffe nicht ein. Pistole. Ja, und guck es dir an. Oder wirklich. Zielen ist nicht mein Steckenpferd. Den nehmen wir uns mit. Oder auch nicht. Den nehmen wir uns aber mit. Hallo. Was ist das denn hier? Guck mal. Gut, 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 gut. Ja, komm, ich lasse es sein. Hier ist doch irgendwie Action. Komm einfach mal rein. Gut. Boah, es ist teilweise wirklich frustrierend. Sechs, äh, fünf, sieben. Es gibt mir mal hier so ein paar Kills. Das kann doch nicht sein. Oh, wo, ha, weg. Ja, hier, komm. Ach, da ist er. Komm. Ich schieße auch wirklich wie der letzte Haufen, ey. Wahnsinn. Lass mich, lass mich, lass mich. Bitte in Frieden. Mann, ich will auch nur ein bisschen mitspielen. Und ich kriege hier auf die Fresse. Wie Onkel Uli. Mann, Mann, Mann. Also, 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 also. Damit ich kappe es hier. Und ich finde auch so rein Gameplay-technisch ist es echt gut. Macht auch Spaß. Aber so dieses Spawn-System ist sehr verwirrend. In meinen Augen. Und ich kriege einfach übrigens auf die Schnauze. Das liegt aber, denke ich mal, zu 95% an mir selbst. Oh, ich werde wiederbelebt. Thank you, my friend. So, hier. Ja, natürlich ist, wo kommt die denn jetzt bitte her? Was habe ich dir getan? Boah, Junge, das ist, also, also wirklich. Ja, vorletzter. Immerhin. Irgendwo muss man ja stehen. Aber es ist, also, also, ne, komm. Okay. Cheers. 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 Cheers.